Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, Toni redet. Ja, wir wollten vorhin schon eins aufnehmen. Da hatte ich aber zu wenig Speicherplatz, weil ich die anderen aufgenommen habe, wie ich das Licht gelöscht habe. Und dann ist uns die Aufnahme abgekackt und dann haben wir diese neu gestartet. Ja, und zwar jetzt. Und das wird ein Need for Speed Let's Play. Ja, ich denke wir haben. Lass mal die Vorschau, wir lassen sie euch jetzt einfach mal gucken, die Vorschau. Ja. Die ist richtig geil. Ja. Dann lassen wir sie einfach mal gucken und dann stillen. So. Das ist der Speed Undercover Let's Play. Ja. So, das ist ein Wagen. Den haben wir leider nicht. Jetzt hast du einen neuen gemacht, ne? Gut, wir haben einen neuen gemacht. Das ist unser einziges Auto leider. Und dann... Der hier. Ja. Ja, und dann geht's los. Wenn schon... Ja. Ja. Oh nein. Die Weltkarte. Guck mal, wie er... Wo ist denn... Wo findet man denn die Challenges? Ach, hier. Ja. Ja, wir machen gleich noch eine Challenge. Ja. Runden K.O. Im Runden K.O. Modus fliegt der jeweils am Ende. Ja, weiter. Und der Spieler raus. Ja. Der Schorn sitzt hier am Steuer. Und ist auch direkt mal erster. Damit ihr wisst, wer hier geil... Wer hier so gut fährt. Okay, soll ich mich jetzt beleidigt fühlen? Nö? Ach. Ja, sehr gut. Das passiert jedem. Du fährst sehr gut. Guckt euch mal Gordrak an. Oder wie der heißt. Ne, Gada holen. Müsst ihr euch mal angucken. Hier bei. Need for Speed? Hm. Need for Speed. Das ist zwar Most Wanted, glaube ich. Was er da spielt. Oder irgendeinen Player müsst ihr euch mal ansehen. Der war dauernd Unfälle. Ich glaube, der heißt Gordrak. Oder Gordrak. Keine Ahnung, wie der heißt. Auf jeden Fall, ja. Schorn ist immer noch Erster. Stimmt's? Ja. Steht da unten. Ja. Ja. Und das schon in der ersten Runde. Er ist Erste von vier. Runde eins von zwei. Jetzt Runde zwei von zwei. Und er ist immer noch Erste von vier. Und zockt ihr die anderen ab? Das stimmt wohl. Oh. Ich zieh. Fresh. Mist, hinter dir ist einer. Ach, der ist weit weg. Hatte schon viel schwierigere Gegner. Habt ihr gesehen? Also ist das hier wohl Platz. Ja, ihr seht die Tafel nicht so gut. Und da es hier jetzt hell ist. Aber man müsste das eigentlich so ein bisschen erkennen können. So, jetzt ist der hinter dir auch weg. Na, endlich. Ich kann ihn auch nicht mehr sehen, wenn er schon wieder guckt. Ja, du bist immer noch eins von vier. Und da ist das Ziel. Da kannst du ruhig etwas langsam und entspannt fahren. Runde rückwärts. Rückwärts durchs Ziel. Das habe ich noch nie gemacht. Ja, aber die anderen waren auch weit hinter dir. So. Ich wollte nur sagen, wir fahren fort. Ja. Und ich pausier mal kurz. Das ist der Sieg, den wir gebraucht haben. Du hast ein paar neue Einladungen bekommen. Ich habe sie dir auf. Denk dran. Wenn du Events gewinnst und deinen Rang verbessert, eigentlich in den Zugang zu neuen Events. Ja. Könntest du lesen? Nee, nee. Du machst die erste. So, jetzt haben wir erstmal freie Fahrt. Und ich würde mal sagen, wir können den hier mal folgen. Warum denn auch nicht? Ja. Dann geht es um Geld mal an, ja? Ja. Oder auch nicht. Ja, dann folgen wir den nicht. Nein, ich fahr zum nächsten Event. Ja, okay. So, falls ihr die Stimme im Hintergrund gehört habt. Ja. Die Stimme im Hintergrund, die solltet ihr nicht hören. Denn, ja. Es tut uns sehr leid für die Stimme. Es tut uns sehr leid. Das sollte nicht sein. Genauso wie der Finger eben davor. Ich muss den kurz vorhalten, weil, so. Ich muss er das da vorne putzen. Sonst sieht man nichts. Und außerdem waren wir gerade an einer geheimen Stelle. Und die dürft ihr nicht sehen. Deshalb hat sie es auch gemacht. Okay, das wusste ich eigentlich nicht, aber, ja, das ist praktisch. Aber das haben wir auch nicht alle daheim noch. Ah, cool, okay. Ach, das ist der nächste Event. Jetzt sind wir beim nächsten Event und die Fahrt geht los. Jetzt. Ach, Mist, wir nehmen gleich schon sechs Minuten auf und wir haben nur 15. Ja, und? Naja, egal, Leute. Das nächste Event darfst du machen. Wenn wir das noch schaffen. Ganz sicher. Zwei von vier in Runde eins. Leute, dieses Wort sollte eben gar nicht sein. Das sind wir rausgeputzt. Alter, wie Gas. Gib Gibi. Gibi, Gibi. Das tut ihm ganz doll leid für das Wort. Ja. Sehr doll. Ja. Mein Freund, jetzt überholt ich dich. Und jetzt sind wir erstmal leise und lassen euch das Rennen schauen. Wir verlieren. Ich schaue dich doch mal an. So, also, dann schaut euch das Rennen an. Wir sind erstmal leise, stimmt's? Naja. Ich werde öfter noch mit euch labern. Nein, lasst die mal entspannt das Rennen gucken. Dann guckt jetzt mal entspannt das Rennen. Meistens finden ist, glaube ich, besser, wenn man dabei labert. Ja, okay. Ja, wie schon im letzten Podcast bei Minecraft gesagt, Girl Power kommt auch bald wieder. Dazu muss ich aber erst zu Hause sein, da ich ja gerade bei Sean bin. Ja. Sorry, wie die Stimme im Hintergrund. Aber da telefoniert gerade jemand. Ja, könntet ihr bitte leise sein? Wir versuchen hier ein Let's Play aufzunehmen. Lasst ruhig, lasst ruhig. Die wissen ja, dass das nur wegen Telefon ist. Das ist auch mein Ding, zwar. Ich glaube, das ist auch mein Ding, zwar. Ich bin mit dem Telefonat. Ja, Schatz. Dank dir. Dank dir können wir das Rennen wegschneiden. Boah, das tut mir leid, Schatz. Brauchst du Päschen aber jetzt? So, Leute. Das vergessen wir. Das schneidet Toni bestimmt noch raus. Geht nicht mehr. Bei der Bearbeitung. Ich kann die Mitte nicht rausschneiden. Ich kann nur anfangen raus. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie man die Mitte rausschneidet. Ja, denn ich möchte unbedingt, dass diese oder wie mein Stimmen raus macht, denn ich möchte unbedingt, dass diese Dinger weg sind. Denn das merkt. Ja, egal. Was? Warum? Das ist jetzt egal. Komm. So, du bist dran. Ja, wir sind erst neun und acht. Ja, und acht. Und deswegen hat es da auch sein Vater gehört. So, also dann. Wir besinnen. Wir fangen gerne mal an. Also, wie ich bin. Also, zack. Kannst du gut Rennen fahren? Nein. Schade. Ja, ja. Dann verliere ich es. Ich bin Erster. Ja. Was? Werd sie erst? Okay. Ich werde von Friedrich. Der Kalt. Ja, also. Manche Leute können gar nicht fahren. Ja, aber Leute, ich spiele das auch zum ersten Mal. Ja. Zum zweiten. Du hattest das früher schon mal mit mir gespielt. Von einem Jahr oder so. Ja, aber ich weiß nicht mehr, was das für war. Fahren wir jetzt falsch? Gegen den Pfeiler? Nö. Aber du solltest mal richtig fahren. Denn die haben dich gerade alle überholt. Na, bis der auf den letzten. Pass. Ja. Ach so. Und tschüss, mein Freund. Ja. Du darfst ihn nicht hinten am Purschi kleben. Hahaha. Soll ich lieber am Auspuff kleben sein? Ich bin Erster. Wow. Das kam gerade überraschend schnell. Ja, und wir nehmen schon neun Minuten auf. Milch. Dann nehmen wir halt... Wir nehmen noch die fünf. Du hast ihn gestriffen. Oh. So. Pass auf. Die Nerven. Wenn ich schnell übernehmen soll, dann drück auf Plus oder auf Minus. Nee, nee. Okay. Super. Was heißt hier super? Vielleicht hast du das Rennen beendet. Und die Kops sind nicht mehr so schnell hinter dir her. Oh, Mist. Das war ein verheerender Fehler gerade. Komm, Toni. Du gewinnst. Da vorne ist das Ziel, Toni. Ja, bitte. Yay. Gut, passen wir in Ordnung? Klar, ja. Oh, Leute. Ich hab vor den Schrecken bekommen. Ja, und jetzt können wir auch rechtzeitig vor 15 aufhören. Aber ich muss noch ganz kurz die Kops an. Aber jetzt kein Rennen mehr starten, weil wir haben nur noch vier Minuten. Dann würde ich sagen, jetzt eine Drehung und dann beenden wir das Let's Play. Nee, das wird 15 Minuten lang. Gut. Ja, Leute. Das wird der krönende Abschluss. Ja, ein Moment. Ich pausier mal kurz. So. Betreff Chaseline. Betreff Geld ausgeben. Gewinnst du Rennen, gewinnst du auch Geld. Bring das Geld zu deinem Unterschlupf. Tune deine Wagen. Ändere die Lackierung. Montiere neue Felgen oder Kaufleistungsturnin-Teile und Speed und händlich zu verbessern. So, dann pausier ich noch mal. Hier mal ganz kurz. So. So. Also. Zack, zack. Gleich ist es. Jetzt nämlich haben wir noch drei Minuten. Drei Minuten. Gut. Ich würde sagen, wenn wir beide Tschüss sagen, erst dann beenden. Okay? Ja, dann betten wir kurz vor 15. Dann sagen wir... 14.20? Ja. Gut. Das war ein Zaun. Ein Cobra 11 wäre der Zaun jetzt kaputt. Genau. Hier leider nicht. Schau, du musst nicht schnell fahren. Wir fahren kein Rennen. Was ist, wenn ich auf die Autobahn möchte, um schnell zu fahren? Okay. Weil ich gerade eine ziemlich tolle Lust drauf habe, um mal ein bisschen über 200 zu kommen, falls der Wagen das hier überhaupt schafft. Ja, 13 Minuten schon. Dann machen wir eine etwas längere Verabschiedung. Bei 14.20 verabschieden wir uns und dann... Ich würde sagen, 14.30. Okay. Okay, bei 14.30 verabschieden wir uns. Dann eher. Ja. Ich starte jetzt noch einmal eine Verfolgung. Vielleicht kriegen wir sie zu Ende. Vielleicht verfolgt. Nein, das ist ja 14. Zu spät. Dann beenden wir halt während der Verfolgung. Ja, dann... Ja, dann... Ja. Der wäre weg. Jetzt noch die anderen. Der hier? Ja. Ähm. Ah, hier kann man gut fahren. 39. Hier kann man auch gut die Geschwindigkeit. Ja, jetzt ist es 14. Okay, dann achte ich jetzt auf die Sekunden. Ja. 30 Fahrstück. Dann halte ich ganz schnell meinen Wagen mit einer Drehung an. Oder auch so. 19.20. Okay, dann haben wir... Dann muss ich jetzt ein bisschen beschleunigen. 60. Okay. Ich würde sagen... 28, 29, 30. Ciao, Leute. Damit verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Und... Ciao. 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 Ciao.